Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist die Look Fantastic Beauty Box bei mir soeben eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Look Fantastic Beauty Box ist eine Beauty Box, die eine Schwester, würde ich mal so sagen, von der Glossy Box ist. Das kostet, je nachdem welche Aboform du wählst, zwischen 15,50 Euro pro Monat und 20 Euro. Die erscheint monatlich und wenn du meinen Code verwendest, den ich dich hier mal einblende, dann kannst du auch ein bisschen auf dein erstes Abo sparen, wenn du möchtest. Genau. Ja, ich bin sehr gespannt, was sich hier drin verbirgt. Das Sneak Peek Produkt, was hier drin war, war schon sehr verheißungsvoll. Das war ein sehr sehr hochpreisiges Produkt. Wir haben jetzt dieses Mal eine mintgrüne Verpackung, was ich schön finde. Ich mag mintgrün richtig gerne. Das ist voll meine Farbe. Und ja, genau. Beauty Box halt. Hochpreisige Produkte, aber eher kleine hochpreisige Produkte. Look Fantastic hat auch einen eigenen Online-Shop, wo ich gerne einkaufen gehe. Da gibt es auch sowas wie Too Faced und so weiter, Urban Decay. Also richtig cool, da kann man auch mal vorbeischauen. Da kann man natürlich auch einkaufen, wenn man kein Abonnent ist. Und wenn man Abonnent ist und zum Beispiel seinen Code teilt, den ich euch eben eingeblendet habe, kann man da Punkte sammeln und kann dann von dem, was man da gesammelt hat, einkaufen gehen. So. Hier haben wir den Flyer, wo drin steht, was drin ist. Da sind auch die Produkte und Infos aufgeführt. Das ist jetzt tatsächlich auf Englisch. Ja, und das ist der erste Blick in die Box. Die Box ist eigentlich immer sehr sehr leicht. Vor allem seitdem die Mini-Ausgabe der L-Zeitschrift hier nicht mehr reingepackt haben, ist die Box immer sehr leicht, weil halt wirklich hochpreisige Produkte drin sind, aber dann im kleinen Format, sodass man die einfach mal so ein bisschen testen kann und schauen kann, ob einem das so gefällt. Und wenn man die halt nachkaufen möchte, kann man das zum Beispiel, wie gesagt, bei denen im Online-Shop machen. Genau. Hier haben wir auch die Sneak Peek für Juni von Malton Brown. Ist das ein Bath & Shower Gel. Das ist dieses hier. Ja, ein Duschgel läuft. Da hatten wir schon mal, ich glaube im Adventskalender oder so, so eine kleine Größe, so eine rote Geschichte war das. Ist recht hochpreisig und ja, halt eine kleine Geschichte, soll aber dann einen Wert von 10 Pfund ungefähr haben. Krass. Ja, und wie gesagt, hier sind so Schminktipps und keine Ahnung, alles Mögliche drin. Ja, wir gucken mal rein. So, zuerst rieche ich mal an der Box und gucke mal, ob irgendein Duft mir entgegenkommt. Nee. Okay, wir haben hier ein Seidenpapier, was mit einem Klebi verschlossen ist, den wir jetzt mal aufmachen. Achso, was haben wir eigentlich für eine Edition? The Botanical Edition. Okay, also Botanik, Natur vielleicht auch so ein bisschen. Mai. Also Mai ist mein Geburtstmonat, also mein Geburtstag wird Ende Mai sein. Und da, weiß ich nicht, wünsche ich mir in den Beautyboxen, die jetzt diesen Monat bei mir eintrudeln, immer irgendwie was ganz Spezielles. Aber meine Wünsche und Hoffnung, Leute. Man weiß ja nie. Genau. Dann mache ich hier mal das Seidenpapier zur Seite. Und wir sehen hauptsächlich Krüppelpapier und auch ein paar Produkte, die sich hier drin verbergen. Also das scheint auch der Grund zu sein, weswegen das Ganze so leicht war. Du hast normalerweise so fünf Beautyprodukte in der Box mit drin. Das kann Pflege sein, das kann dekorative Kosmetik sein. Und ich nehme als erstes mal das Produkt raus, was letztes Jahr, letzten Monat in der Sneak Peek war. Und zwar ist das von Avant ein Hyaluronic Sweat, Sweet, Sweat, Sweet Almond Seawater Shea Butter Ultimate Hyaluronic Acid Resurfacing Duo Moisturizer. Okay, das ist eine Creme fürs Gesicht und für morgens und abends ist das. Das ist mit Hyaluron, Süßmandel, Seewasser und Shea Butter. Und das ist HD5+. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich bin alt. Nein, ich werde 31, alles gut. Jo, ist ganz cool. Wir hatten da auch so einen mega überteuerten Primer mal, ich glaube in der Glossy Box mit drin, im Januar diesen Monat, dieses Jahres. Und wieso bringe ich Monat und Jahr diese Leute so ein bisschen durcheinander? Ich habe keine Ahnung. Ich bin auch erst 31 Monate dann alt. Entschuldigung, es ist spät. Ich habe mich eben geschminkt. Ich bin fertig mit der Welt. Genau. Ja, und das hier soll ein Produkt sein, was so 100 Euro kostet. Ich finde, ganz ehrlich jetzt mal unter uns, muss das sein? Muss eine Gesichtscreme einen Wert von 100 Tacken haben? Ich glaube nicht, oder? Also da tut es auch meist eine gute Creme aus der Drogerie, die jetzt 10 Euro kostet oder so. Und selbst das finde ich dann manchmal so, hm, ja, kostet doch schon ganz schön viel, so 10 Euro. Also 100 Euro finde ich vollkommen überteuert. Die Marke ist jetzt nicht so die ultra bekannteste Marke auf dem Planeten. Also von daher, warum? Aber cool, dass es in der Box mit drin ist, denn sowas ist der Grund, weswegen ich tatsächlich die Beautyboxen auch super gerne bei mir habe. Die habe ich jetzt natürlich selber abonniert. Da bezahle ich auch dann monatlich selber mein Geld für. Ähm, andere Boxen habe ich ja in der Kooperation. Aber gerade solche Produkte, die du nie im Leben dir im Laden kaufen würdest, sind der Grund, weswegen ich einfach Beautyboxen feier. Ne? Weil du zahlst deine 15,50 bis 20 Euro im Monat und bekommst dann einfach mal so ein Kloppervieh, was du niemals kaufen würdest. Ja. Ähm, finde ich ganz gut. Ich frage mich nur immer, wer kauft sich das dann wirklich? Oder? Jetzt mal so ohne Witz jetzt. Ich weiß jetzt nicht, was das so ultra krass Geiles machen soll. Außer, dass es halt Süßmantel und so ein Kram mit drin hat. Ähm, ich gucke mal, ob ich hier irgendwas zu in diesem Heftchen finde. Get a bright and smooth complexion with the help of this rich anti-aging Avant Moisturizer. Formulated with hyaluronic acid, Shea Butter and sweet almond oils to tighten and firm for a more youthful complexion. Also es soll eigentlich wirklich nur Jugendlichkeit versprechen. Und dafür 100 Euro für 15... Entschuldigung, nein. Also, ja, geil, dass ich es habe, aber nein, würde ich nie bezahlen. Gut. Damit man sich vorher schön abschminken kann, hat man hier von Magnetone London ein Wipeout Eco-Friendly Microfiber Cleansing Club. Das ist einfach so ein, ja, Tuch, mit dem man sein Gesicht sauber machen kann. Hier hinten steht es auch ziemlich freundlich drauf, dass man das halt wirklich in der Waschmaschine sauber machen kann, was ich gut finde. Ähm, bei 30 Grad, super. Ich mache sowas immer bei 40 Grad oder 60 Grad sauber tatsächlich. Naja, also das sollst du angeblich sogar nur mit warmen Wasser dann machen können. Finde ich interessant. Ja, finde ich wirklich interessant. Das soll dann schnell trocknen. Ich habe jetzt schon unter mehreren Videos gelesen von mir, wo ich halt gesagt habe, finde ich ganz geil mit Mikrofasertüchern und so. So, ah, Claudia, pass auf, das kommt dann alles ins Trinkwasser und das ganze Mikroplastik und so. Weiß ich nicht, ne? Also, da hat mir auch eine geschrieben, die das tatsächlich irgendwie als Bachelor oder Masterarbeit hatte. Also, von daher glaube ich, ihr da auch. Entschuldigung, ich muss mal ein bisschen näher rankommen. Ähm, ne? Aber, ja, ich denke mir, ja gut, es ist jetzt halt einfach da und ich werde es benutzen. Also, ich werde es jetzt nicht wegtun, deswegen. Ähm, von Magnetone gibt es auch wohl irgendwie so unterschiedliche andere Geschichten, um sein Gesicht zu reinigen. Aber gut, wir haben jetzt ja ein Tuch. Hier ist auch jetzt nicht irgendwie so ein, ne, hier ist jetzt kein Gutscheinkot drauf oder so. Es ist einfach hier so ein graues Tuch. Was mir gefällt, ist zum einen die Größe, weil das ist halt wirklich Gesichtsgröße, da kann es halt richtig einmal wubbeln. Ähm, und zusätzlich hat es halt noch einen Aufhänger, das feiere ich ja sowieso. Ähm, wenn ich solche Tücher verwende, liegt aber daran, dass ich relativ viele davon habe, verwende ich die einmal, wasche die aus und dann kommen die in die Waschmaschine. Das heißt, ich benutze sie dann nicht am nächsten Tag nochmal. Die kommen direkt in die Waschmaschine rein. Das ist bei Abschminkpads so, das ist bei solchen Sachen so, das ist aber auch bei Pinseln, bei Schwemmen bei mir so. Ich benutze das nie nochmal. Ich wasche das erst, ne. Einfach so fürs Gefühl. Ähm, das ist super flauschi übrigens. Also super flauschi. Ich weiß nicht, wie lange das noch so flauschi bleiben wird. Das heißt dann halt auch, dass du lange Fasern hast, die, ähm, dann wahrscheinlich auch dein Augenmakeup schön runterkriegen. Schwierig bei sowas ist, äh, wenn es halt hell ist, ne. Weil ich denke, das wird dann auch recht schnell verfärbt werden. Das ist 100% Polyester übrigens. Und, ähm, ja, super flauschig. Als wäre das so eine, ich habe auch so flauschi Jacken. So Überziehjacken, wenn mir kalt ist, ne. Und so fühlt sich das an. Auch so ein bisschen Bademantel mäßig. Sehr, sehr angenehm. Finde ich cool. Doch. Das wird auch verwendet, aber erst kommt es in die Waschmaschine und dann werde ich es verwenden. Wird dann quasi verpackungstechnisch, äh, in meinem Aufgebraucht-Video zu finden sein. Solltest du mich noch nicht abonniert haben, dann hol das gerne hier unten einmal nach. Weil, ähm, es gibt von mir so alle vier bis sechs Wochen, sage ich mal, auch ein Aufgebraucht-Video, wo ich dann die benutzten und aufgebrauchten Kosmetika zeige. Sei es dekorative Kosmetik oder auch Pflege, dass ich da einfach mein Feedback zu geben kann. Das ist viel, viel besser, als wenn ich das einfach so nach ein, zwei Mal benutzen mache. Sondern, ähm, ja, ich mache das dann einfach gesammelt, wenn die Produkte leer sind. Weil dann sieht man auch einfach, okay, sie hat das Produkt komplett aufgebraucht. Oder wenn ein Produkt ganz, ganz furchtbar war und ich das halt wirklich aussortiere, kommt das da auch mit rein. Diese Videos sind meistens bei mir etwas länger. Aber es liegt einfach daran, dass ich sowas selber gerne halt auch schaue und immer eine umfassende Information weitergeben möchte darüber. Genau, ja, deswegen. Die Verpackung wird aufbewahrt. Als weiteres Produkt habe ich hier von KORUS. Das habe ich schon mal irgendwo gehört. Hydra Biome. Probiotic Superdose Face Mask. Ich mag Gesichtsmasken. Das finde ich super. Antipollution tested. With real Greek Joghurt. Mit griechischem Joghurt. Ach, cool. Muss man aufpassen, dass man sich nicht vom Gesicht isst. Und tatsächlich da unten drunter steht das Ganze auch nochmal auf Griechisch. Das finde ich cool. Da sind 20 Milliliter drin. Das ist ganz nett irgendwie. Ich weiß nicht, was die machen soll. Aber whipped Face Mask to instantly cool hydrate and nourish skin. Das ist gut. Ich mag es, wenn jetzt so, ja jetzt sieht man auch an meinem Outfit, das ist jetzt nicht so ultra warm heute. Aber wenn es dann wärmer wird, dann glüht mein Gesicht auch so. Und dann kann ich das sehr gut gebrauchen, wenn ich so kühlende Produkte verwenden kann. Und das Ganze auch hydratisierend ist. Ich habe sowieso eine relativ trockene Haut. Deswegen finde ich das gut. Das passt ganz gut auch dann zum Jahreszeit, zum Zeitpunkt, sage ich mal. Ich finde übrigens noch nicht, dass wir uns irgendwie im Botanical-Bereich bewegen. Also das Ganze wirkt auf mich jetzt nicht botanisch. Also ich fühle mich jetzt noch nicht, als wäre ich im Garten. Okay. Dr. Lip Tint. Sweet Potato Pigment. 100% Natural. Ganz vier Milliliter sind hier drin. Ach, guck mal. Aha, also ohne Parfüme und irgendwelche Zusätze. So, ich habe... Das war die Fernbedienung von meinen Lampen. Ich habe hier so ein Tuch, da mache ich mir eben mein Lippenöl von ab. Ich habe jetzt gerade eben nur so ein Lippenöl drauf gemacht. Das ist nichts Spektakuläres auf meinen Lippen. Ich habe nämlich vorher einen Schminkie gemacht und dann Döner gegessen. Und dann ist mir natürlich der Lippenstift abgegangen. Und ja, ich möchte das austesten, weil das ist ein Produkt, das ich jetzt austesten kann. Das finde ich gut. So, so ein kleines Typchen. Ich meine, vier Milliliter für den Lip Tint ist vollkommen in Ordnung. Diese Öffnung finde ich furchtbar. Mag ich gar nicht, weil ich das unhygienisch finde. Ich guck mal, ich nehme mal einfach so einen Pinsel hier. Ja, das ist jetzt kein Lippenpinsel, ne? Ist das ein Lippenpinsel? Ich habe keine Ahnung. Ich habe eigentlich keinen Lippenpinsel. Ich nehme mir mal so einen Pinsel und mache mir da ein bisschen was drauf. Weil das direkt auf die Lippen, ich denke, ich habe immer so irgendwie, äh, weiß ich nicht. Glaube ich, finde ich nicht so geil. So. Oh. Oh ja. Tint. Sehe ich noch nicht so. Ja, schmeckt nach nix. Fühlt sich einfach an wie eine Lippenpflege, Leute. Ich glaube, das ist auch einfach eine ganz simple Lippenpflege, oder? Weil das macht jetzt nicht viel. Das macht jetzt nicht so ein Ultra Glossy. So ganz leicht macht das ein bisschen was. Aber es färbt jetzt auch nicht die Lippen ein, oder so. Ne. Aber, ja, gut, ne? So eine Lippenpflege ist nie weg. Das kann man gut gebrauchen jetzt. Ich habe auch aktuell trockene Lippen. Ja, wenn die alles trocken und jetzt ist halt also von daher, da, das ist jetzt hier kein Kriterium. Dann habe ich hier von Balance Me Hyaluronic Plumping Mist. 99,9% Natural. So, also bei diesen Produkten hier sind wir irgendwie natürlich unterwegs, ne? Ich weiß nicht, wie das bei diesem hier aussieht. Da stand jetzt nichts Spezielles irgendwie mit dabei, dass es ultra natürlich sein soll. Und auch bei dem Avant weiß ich das nicht. Oder Avant? Ich, keine Ahnung. Da sind so viele Zusatzstoffe drin aufgeführt. Da glaube ich nicht, dass es, na gut, cruelty free ist nett, ne? Aber, ja gut, okay. Also, Balance Me. Das ist so ein Spray. Created to effectively quench, plump, brighten and regenerate skin throughout the day. Okay, okay, also das machst du einfach so auf dein gereinigtes Gesicht normalerweise drauf. Also macht das jetzt keinen Sinn, wenn ich das jetzt drauf mache. Das hat so einen Sprüher. Also ich bin halt wirklich full face geschminkt. Ich mache das jetzt nicht drüber, ne? Ich mache das dann drauf, wenn ich nicht geschminkt bin, weil das sollst du ja offensichtlich nicht. Sollst du auf die gereinigte Haut machen. Also ganz normal als Sprüh-Gesichtsserum. Sowas hatte ich auch schon mal, und ich glaube, war das nicht auch von Balance Me? Keine Ahnung. Hatte ich schon mal so ein Hyaluron-Spray. Das fand ich okay, war jetzt aber kein Schlüpperstürmer, wie die liebe Milo Flori sagen würde. So, das wären jetzt schon fünf Produkte. Aber wir haben noch ein sechstes Produkt, was ich gut finde. Denn wir haben ja auch wirklich ein paar Minis mit dabei. Und zwar haben wir hier von Aieco das Brow Gel. Das finde ich toll. Da hatte ich schon Mascaren von, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Und jetzt auch nochmal ein Augenbrauen-Gel. Ja, das ist eigentlich so, ne? Vier Milliliter sind hier enthalten. Das ist auch so eine Mini-Bürste. Ich mag das ja. Ja, guck mal. Und das ist einfach ein klares Augenbrauen-Gel, was man sich so... Ich meine, ich habe jetzt ein Gel drauf, ne? Was man sich so einfach in die Augenbrauen reinmacht, damit die Form bekommen. Ja. Ne? Wird auf jeden Fall dann mal getestet, wenn ich mal ein Schminkie mit Neuzugängen mal wieder mache. Aber, ja, das gefällt mir. Also, wie gesagt, die Mascara davon hat mir... Oder die Mascaren, die mal immer wieder drin waren, haben mir gut gefallen. Und jetzt ein Augenbrauen-Gel. Finde ich gut. Ich glaube, ja, auch Eyeliner haben die auch. Die finde ich auch gut. Jo. Jo, jo, jo. Sechs coole Produkte. Doch. Ja, wobei das hier einfach, ne? Das wird den Wert von der Box hochtreiben. Aber, ähm, ja, ne? Also deswegen sollte man das vielleicht mal so ein bisschen ausklammern, weil... Schwierig. 100 Euro für eine Gesichtscreme. Sorry, Leute. Aber, würde ich nie zahlen. Aber gut, ja. Ich fand die Box ganz cool. Äh, ein bisschen dekorative Kosmetik hatten wir dabei. Ein bisschen Pflege. Ein bisschen Tool. Das finde ich auch ganz nice, ne? Also mir gefällt das. Und, ähm, ja, ein bisschen Lippenpflege. Ein bisschen, ja, wirklich mal so ein komplettes Gesichtsgedöns, ne? Also du hast ja nichts für den Körper mit dabei. Ne. Also es ist wirklich alles sehr aufs Gesicht bezogen dieses Mal. Aber coole Produkte. Aber gut. Das war jetzt mein Unboxing. Wie gesagt, mir hat's gefallen. Ich hoffe, dir auch. Und wenn dem so ist, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.